herrlich ein herzliches willkommen zurück zu let's play black assassin's queen 4 black flag schön dass ihr wieder dabei seid wir sind immer noch in havana unterwegs und haben doch irgendwas schatzkarten da ist nämlich doch um ein schatz und zwar in der nähe von einer burg an einer palme 240 607 also ich kann gucken ach so das soll markieren ok so das muss ja hier irgendwo sein sogar auch wie viel zu tun haben habe ich so gerade ein so jetzt bin ich aber komplett raus aus der karte bekommen wo sie mich überhaupt jetzt gerade hier sind wir nicht oh und die ja 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 jetzt muss er sich hier irgendwo sein naja einer ist es ich wollte gerade den schatz aussuchen dann geht es hier mit der hauptmission weiter oder hier an der seite also wie gesagt in der nähe von der palme ach da ist das wort moment äh da ist der hafen sprich auf der anderen seite ergo muss das hier irgendwo sein oder hier warte mal ich gehe mal kurz auf die stellreise damit wir das machen können ich will wie gesagt ich will noch kurz die schatzkarte machen dann geht sofort mit der hauptmission weiter aber ich kann auch hier in der haupte aber ich kann auch hier in der haupten ja ich kann auch hier in der haupten Klinens Legaleon Figur Ach, unter der Brücke ist das. Okay, unter der Brücke ist eine umgestürzte Palme. Warte mal. Da ist die Brücke. Dann ist da der Turm. Dann muss die Hunde Palme sein. Warte mal. Nur mit versteckten Klingen kann ich dich machen. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, dass ich mich jetzt komplett in den... Die schießen sogar auch nicht. Wow. 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 Äh, okay. Okay. Ähm. Okay. 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 So viel zum Thema. Okay. 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 Hello. Okay. 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 Oh, oh, oh. Die haben mich jetzt natürlich schon gesehen wieder. Scheiße. Uiuiui. Okay, dann mache ich mich mal wieder raus. Ah, ich wollte nur eine scheiß Schatzkarte holen. So. Ah, supi. Okay. 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 Wir kommen gar nicht durch. Wir kommen zurück. mal einmal könnte das versuchen mit mir ja aber da mal 240 607 ich sehe aber keine keine markierung eigentlich müsste ich jetzt mal mit der hauptmission weiter aber ich will diese schatzkarte haben oder ist das hier da komme ich gar nicht ran das ist ein bisschen raus das ist so weit raus da komme ich gar nicht hin das ist auf jeden fall dieses umzäunte gebiet mit wasser auf der rechten seite und dann unten rechts kann aber auch ein komplett anderes gebiet sein das ist nicht bestimmt da oben das ist bestimmt das hier das ist ja das gebiet dann muss das mit wasser auf der rechten seite ich muss das ganze ding ja quasi jetzt einmal auf die andere seite drehen vermute ich dass das hier unten irgendwo ist das ist bestimmt hier das ist hier irgendwo das gebiet ist da bin ich auf der falschen seite schatzkarte kommt heute mal irgendwo suche ich suche schatz da vorne ist ungeschützte palme da ist ein turm das ist bestimmt hier irgendwo ja das könnte hier das ist hier irgendwo das liegt unter einer umgeschützten palme zwischen drei steinen schatzkarte blöss blösh blöss blöss blösh blöss b blösh blösh an dem an dem turm sind genau drei steine und er liegt am dritten stein also turm davor sind mehrere so stein auf das ist wahrscheinlich so schnell auf der hier ist mit dem graben man jetzt habe ihn für den skaleonen zviko ist jetzt in der kapitän sky youtube verfügbar 1 von 18 plänen wir sammeln 2 von 22 vergrabenen truhen haben wir jetzt hier entdeckt vergrabener schatz gefunden so das jetzt mal wieder auf die bomben und machen uns aufzuhören auf ein bisschen weil die zwei als nächstes angehen dann haben wir heute tatsächlich nur ein bisschen nebenquatsch gemacht dann ist das mal so also was heißt mal aber das ist eine abwechslung jetzt so ja wie gesagt wir haben alles erledigt an aufgaben und machen heute in der nächsten folge dann tatsächlich doch die aufgabe mit dem schatz die die aufgabe mit dem jetzt einfach mal komplett in ruhe bewährt wahrscheinlich jetzt hier haben wir mehr oder weniger jetzt in der nächsten folge wahrscheinlich verlassen richtung nassau haben sie jetzt schon ein bisschen angekündigt das heißt wir sehen uns wieder ich freue mich wenn ihr einschalten würdet wieder bei accesses creed 4 black flag und dann gucken wir mal was als nächstes ansieht ob wir dann tatsächlich wirklich aber noch richtung nassau verlassen oder es noch mal hier was gibt